Herzlich willkommen, gibt es auch Freunde, Investor und Newcomer. Was geht ab, Leute? Gucken wir uns den Markt mal an. Wir haben einen wunderschönen sonnigen Dienstag. Der Markt korrigiert aber ein bisschen runter. Jetzt in dem Moment der Aufnahme fängt es wieder an, ein bisschen zu steigen. Finde ich sehr, sehr interessant. Einen kleinen Pump sehen wir hier gerade. Bitcoin ist ja ein bisschen runtergegangen und da haben einige ein bisschen Panik bekommen. Ich kann es verstehen, aber das sind ganz normale Bewegungen. Gucken wir uns erstmal an, was für News wir heute da haben. Ripple möchte gerne wissen, wie viele XRP-Bestände die SEC-Mitarbeiter haben. Richtig interessanter Schachzug, den Ripple hier gegen die SEC macht. Wir haben Justin Bennett, ein Kryptoanalyst, der vermutet, dass Cardanos bald in VeChain geswappt werden. Warum, das erklärt er uns in dem Artikel. Und ich habe hier einen richtig interessanten Artikel zu VeChain gehabt. Wer Englisch versteht, ein bisschen affin ist, sollte sich das angucken. Der Titel heißt hier, Even your grandma will understand, was VeChain ist. Selbst deine Großmutter wird verstehen, was VeChain ist. Gucken wir uns mal an, XRP, XRP nicht, aber Ethereum hat sich hier stabil bei 3300 gehalten gehabt. Und darüber jetzt sogar kurz gepumpt auf 3400. Finde ich sehr, sehr gut, dass er jetzt nicht so volatil ist in diesen Höhen, wo er sich gerade befindet, sondern sich eher ein bisschen stabil hält. Cardano hat sich auch richtig stabil bei der 2200 und was ist denn los? Schön wäre es, wenn wir diese Zahlen, die ich hier gerade raushaufe, Cardano und XRP hätten. XRP bei 3300, Cardano bei 2000. Hey, kann ja noch kommen. Aber Cardano bei 2,80 Dollar. Hat sich richtig stabil gehalten, hat eine Range gebildet. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen, dass wir da bestimmte Stabilität haben und keinen so starken volatilen Verlauf wie bei den anderen Coins zur Zeit. Guckt euch das mal an, 11.500er Marke ist geknackt. Passt auf, in welche Coins ihr reininvestiert, Leute. Wir haben 11.500 Coins oder darüber noch auf dem Markt. Was glaubt ihr, wie viele Scammer darunter sind? Wie viele Unternehmen, die sich irgendwo in irgendwelchen Inselstaaten angemeldet haben, die euch das Geld einfach aus der Tasche ziehen möchten, die man dort auch noch nicht mal wirklich rechtlich verfolgen kann. Das heißt, wenn euer Geld weg ist, ist es weg. Ihr kommt dann nicht mehr da dran. Wir haben einige Beispiele in unserer Community auch gehabt. Passt auf, in was ihr reininvestiert, Leute. Okay, gucken wir uns das mal an. Crypto Fear & Greed Index. Wir sind von extremer Gier auf normale Gier übergegangen, Leute. Verständlich. Die Menschen, die reagieren halt immer sehr emotional. Sobald die Kurse ein bisschen nach unten gehen, kriegt man sofort Panik, kriegt man sofort Angst. Man tradet nicht mehr so stark. Und es wirkt sich dann einfach aus auf dem Fear & Greed Index. Das ist ein Indikator dafür, wie die emotionale Lage auf dem Markt gerade ist. Und sie wird nachwirkend immer berechnet. Daher kann sein, dass wir den nächsten Update hier erst in den nächsten 12 Stunden, 18 Minuten haben werden. Dann werden wir erst sehen, wie sich die Bewegungen, die wir jetzt haben, auf den Marktsentiment ausgewirkt haben. Ich denke mal, wenn die Korrektur weitergehen sollte, werden wir uns Richtung neutral bewegen und eventuell in Fear über swappen, sobald wir eine ein bisschen stärkere Korrektur sehen werden. Aber nichtsdestotrotz, wir glauben ja, dass es dann geht durch die Decke. Okay. Warum ist es so relevant für Ripple zu wissen, wie viele XRP Bestände die SEC-Mitarbeiter haben? Denn sollten sie Ripple bzw. XRP Bestände haben und hätten auch andere Coins, weil die wollen auch generell wissen, wie viel Bitcoin, wie viel Ethereum die Mitarbeiter auch haben, dann könnte man irgendwie schauen, ob sie mit ihrem Insider-Wissen, was sie hatten, verdient haben. Weil das ist ja verboten. Das wären ja im Aktiengeschäft, wären es ja Insider-Geschäfte. Man darf mit Insider-Wissen nicht handeln. Und haben die eventuell einen Vorteil dadurch gehabt, weil sie wussten, dass die Klage kommt und dass der XRP-Preis stark fallen wird und haben das einfach ausgenutzt. Und wenn sie wirklich der Meinung sind, dass XRP eine Security, ein Wertpapier ist, dann müssten sie das eigentlich auf eine Liste setzen, die es den Mitarbeitern verbietet, diese Wertpapiere zu handeln. Und nach der Meinung von der Ripple-Anwälte, wahrscheinlich haben sie ihre Ressourcen, werden wahrscheinlich genügend SEC-Mitarbeiter XRP in ihren Beständen gehalten haben. Und das ist dann eine extreme Widersprüchlichkeit, in die sich die SEC hier verstrickt und spielt XRP bzw. spielt Ripple so richtig in die Karten. Wir werden diese Artikel verlinken, die könnt ihr euch dann selber nochmal angucken, da gibt es noch ein, zwei weitere News. Aber das war so grob das Wichtigste aus meiner Sicht. Okay, Justin Bennett, ein Crypto-Analyst, der ist hier der Meinung, dass wir eventuell darauf achten sollen, dass bei einem bestimmten Preistarget, wenn Cardano einmal so richtig hoch geht, eventuell wir einen Swap in VeChain sehen werden. Warum ist das so? Er hat hier schon gesagt gehabt, dass, welcher Zeitraum war das? April bei einem Preis von 0,132 VeChain, Cardanos in VeChain umgeswappt worden sind, um mit dem höheren Cardano-Kurs einen tieferen VeChain einzukaufen und dann daran zu verdienen, wenn VeChain nochmal hoch geht. Man ersteigert einfach sein Gesamtinvestment dabei. Klar besteht das Risiko, dass man sein Geld verliert, aber das ist schon mal passiert. Und darum vermutet er, dass wenn Cardano wieder neue All-Time-High-Sets und eine kleine Korrektur sieht, dass das eventuell der Moment sein könnte, wo viel Geld von Cardano wieder in VeChain fließen wird und der VeChain-Kurs dann stark gepumpt wird. Fand ich interessant. Muss das passieren? Muss es nicht. Dass sowas aber allerdings immer und immer wieder passiert, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche, Leute. Im letzten Buran auch, da gehen Bitcoin und Ethereum stark hoch und am Ende wird das umgeswappt in andere Coins und die gehen dann auch hoch. Das ist ja auch einer unserer Indikatoren, auf die wir achten werden, vor allem bei Bitcoin. Okay Leute, hier in diesem Artikel wird erklärt halt, was VeChain ist, welche Evolution VeChain erlebt hat, dass sie auf der Ethereum-Blockchain angefangen hat und dann Schritt für Schritt ihren eigenen Coin entwickelt hat. Was VeChain Thor ist, der automatisch generiert wird in der Wallet, wenn man VeChain hält, dass es der Gas-Token ist, dass VeChain das Fahrzeug ist und das VeChain Thor, der automatisch, wie gesagt, generiert wird, wenn man VeChain hält. Der Treibstoff ist im System, womit man halt die Gebühren zahlt, um den VeChain letztendlich stabiler am Preis zu halten, dass Firmen wie BMW zum Beispiel VeChain nutzen, um die Kilometerstände und all sowas, die Wartungsintervalle über die Blockchain zu verifizieren, sodass man die nicht manipulieren kann, wenn man ein neues oder gebrauchtes Fahrzeug kauft. Dass Walmart zum Beispiel in ihrem Lebensmittel-Supply-Chain genau den Mitarbeitern, Mitarbeiter sag ich schon, genau den Kunden mitteilen kann, schaut mal, von dort und dort kommt das Produkt und durch diese und diese Kanäle ist es angekommen. Es hat die richtige Temperatur gehabt während des Transportes. Sowohl der Endkunde als auch die Geschäftspartner und Walmart selbst oder die Unternehmen, die die Services von VeChain gerne annehmen möchten, haben dann halt diese Sicherheit. Wir haben Plagiatschutz über die altbewährten Verfahren wie RFID, FC oder QR-Codes. Das lassen wir dann Ganze über die Blockchain laufen, über Internet of Things und über vor allem die VeChain-Blockchain in diesem Beispiel und können dann garantieren, dass Taschen wie zum Beispiel Louis Vuitton, was hier auch beschrieben wird, wenn man in New York an den Boutiquen vorbeigeht und sich die Louis Vuitton-Taschen ansieht und die sind teuer, gibt es genügend Leute, die Copy-Produkte halt, gefälschte Taschen verkaufen. Und das wird halt extrem schwer, wenn man über die VeChain-Blockchain für immer verifizieren kann, welches Produkt auch ein Originalprodukt ist. Was VeChain alles noch macht, wird hier teilweise in dem Artikel gut erklärt. Er geht hier nochmal skeptisch an die Geschichte ran und sagt, dass er einige verstehen kann, dass sie sagen, hey, VET muss nicht unbedingt genutzt werden, damit man diese ganzen Services annimmt. Und deshalb dann nicht so ein Vertrauen haben, dass der VET-Token-Kurs irgendwann mal weiter hoch geht. Aber meines Erachtens nach ist es nur ein Teil der Evolution. Es ist halt noch nicht so bekannt. Sobald der Bekanntheitsgrad steigt, wird das Ganze auch viel, viel wahrscheinlicher, dass man VeChain auch dafür nutzen wird. Und warum können wir mal bei einem anderen Video darauf eingehen, sonst wird das zu viel. Das Gleiche gibt es ja auch bei XRP, da haben einige auch diese Bedenken und sagen, warum sollte man XRP nutzen. Was macht Cardano hier? Wir befinden uns stabil in diesem Bereich. Der hält sich auch richtig gut stabil. Wir haben hier die Korrektur von gestern komplett ausradiert, sind wieder hoch. Das ist das, was ich meinte. Schaut euch mal an, wie stabil der sich hält. Hat sich hier eine Range gebildet und hält sich hier noch. Mag es sein, dass wir eventuell eine stärkere Korrektur sehen. Kann passieren. Ich glaube aber persönlich, wir werden erstmal einen stärkeren Anstieg sehen, bevor wir diese lang ersehnte Korrektur einmal sehen werden, was uns einmal Luft unter den Federn wegnimmt, wo viele eventuell Panik bekommen werden. Aber was ganz normal ist. Was macht VeChain hier? Guckt euch das mal an, Leute. VeChain macht eigentlich das, was einige andere Coins auch tun. Zum Vergleich wollte ich einfach mal XRP hier reinnehmen, Lightcoin mit reinnehmen, um euch zu zeigen, wie ähnlich die Kurse eigentlich verlaufen, Leute. Schaut euch das an. Sieht doch aus, als ob das einfach kopiert wäre. Und so ist der Markt. Sie sind noch alle gekoppelt an Bitcoin. Aber es gibt so einige Coins, wie Cardano hier zum Beispiel. Schaut euch das an. Der setzt neue All-Time-Heist. Der macht genau die gleiche Bewegung, setzt neue All-Time-Heist. Es gibt Coins wie Solana. Schaut euch das an. Der macht genau das Gleiche und zeigt uns, wo der Markt hingehen wird. Genau wie Cardano, Solana auch und so welche Coins auch wie XDC. Wenn wir uns den hier reinnehmen, hier unten im Blau. Genau das Gleiche. Die machen alle die gleiche Bewegung. Aber es gibt einzelne Coins wie XDC, wie Solana, wie Terra Luna, was ich jetzt hier nicht reingenommen habe. Wie Cardano, wie Cardano, die uns zeigen werden, wohin der Markt geht. Darum Leute, bleibt entspannt und werdet nicht gleich so nervös, wenn wir Korrekturen haben bei einzelnen Coins. Fragt euch nicht, warum geht jetzt XRP nicht durch die Decke und VeChain trotz der guten News. Der Markt ist halt noch manipuliert, Leute. Darum macht euch keine Sorgen. Was hat Bitcoin hier gemacht? Bitcoin hält sich immer noch über die 200 Tage Moving Average. Hat hier einfach auch nochmal eine neue Range gebildet und hält sich einfach bei dieser Range. Schaut euch das an. Wenn wir uns das angucken, befinden wir uns hier in dieser Range einfach nur. Er hat hier eine neue Range gebildet und hält sich jetzt erstmal daran. Nichts Wildes ist hier passiert mit der Korrektur, die wir hier gesehen haben. Ich habe sogar noch erwartet gehabt, dass wir hier eventuell auf die 46.000er Bereiche fallen. Ich glaube, da sind wir auch kurz reingehuckt, oder? Ja, aber von diesem tiefsten Punkt waren wir bei 46.800. Und das ist ganz normal. Ich habe noch erwartet hier, dass er noch weiter runter geht. Vielleicht sogar auf den oberen 45.000er Bereichen. Hier unten diese Linie sogar auch antestet, wie so ein V-Button wieder hoch geht. Ist jetzt noch nicht passiert, aber selbst das wäre für mich normal gewesen. Darum Leute, bleibt entspannt. Es ist gar nicht so wild, was passiert. Wir müssen einfach aufpassen. Sobald wir hier in unsere Bereiche kommen, hier oben. Ihr wisst ja, das ist der spannende Bereich, auf den wir warten. Und die schwarze Linie, die wir uns hier gesetzt haben bei 59.000 nochmal. Dann werden wir erst etwas nervös. Sonst läuft alles noch nach Plan. Okay Leute, das war es erstmal für dieses Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und Crypto Heroes out!